Sei zufrieden, sei es dir wert. Wenn du in einer Situation bist, die du nicht ändern kannst, hast du immer die Wahl. Du kannst wie aufgezogen immer wieder versuchen, etwas zu ändern, was nicht in deiner Macht steht. Oder du kannst annehmen, dass du es nicht ändern kannst. Was du immer ändern kannst, ist ein Blickwinkel. Es gibt immer mindestens einen Blickwinkel, von dem aus du mit der aktuellen Situation in Frieden kommen kannst. Bist du dazu bereit? Bist du bereit, den Druck, den Schmerz, die Verantwortung loszulassen? Meinst du nicht, dass das Leben dadurch sehr viel interessanter, leichter, freudvoller und friedlicher werden kann? Du trägst die Verantwortung dafür, 100% authentisch durch die Welt zu gehen. Seelenauthentisch. Je mehr du auf deine Seele hörst, desto zufriedener bist du. Möge die Stimme deiner Seele immer lauter sein als die Stimmen der Angst. Das wünsche ich dir und uns.